Ich bin vorher losgegangen hier, also bevor du gestor... Oh, ich bin tot. Nein, ich meinte nur mit Warte noch, bevor du die Begrüßung machst, weil das noch nicht angefangen hatte. Aber hallo! Ach so, das wusste ich nicht, meine ich. Deswegen, hallo! Ach so, ich dachte, ich hab dich auf dem Dach gut... Gut. Nein, ich wollte nur, dass du erst mal noch... Egal, hat jetzt wieder nicht geklappt, Mann. Oh, da liege ich, warte, da liege ich tot. Oh, ich sehe irgendwie erleuchtet aus. Warte. Du bist auch erleuchtet. 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 Hallo. Oh. Ja, wissen Sie? Was ist denn? Sie haben mich umgebracht und er guckt, gaffst so. Oh, okay. Ähm, alle gaffen so. Oh. Oh mein Gott. Geil. Er so, okay, let's get to work. Hab ich auch gehört. Ähm. Der zerrt, der zerrt. Ich hau mal ab, ne? Ja, ich bin auf dem Dach, alle. Oh, hier sind ja noch Leute auf dem Dach, die Pingeniefer. Und bin gleich tot. Hä? 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 Oha! Ja, oh mein Gott, das... Genial, eben hier. Oh, hier ist ein Mann, der Hilfe braucht. Es gibt so viele neue Männer, die Hilfe brauchen. Oh. Hä, wo bin ich denn jetzt gespawnt? Irgendwo in der, in der... Bei mir. Hä? Hä? Hallo. Oh. Ich bin bei dir auch gespawnt. Was ist hier los? Ich kann nicht ihm helfen. Oh. Warte, ich möchte kurz... Warte. Ah, 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 ah. Hä, was ist denn denn? Oh. Gesetzeshüter. Gesetzeshüter. Oh! Gesetzeshüter. Die habe ich auch am Du- Hey! Oh, bekle, 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 bekle. Sieht aber irgendwie voll schön, glaube ich. Sieht auch voll schön aus. Glaube ich. Okay. Oh, ich bin wieder fast tot, weil... Nein, nein, nein. Hier. Hier. Ich bin einfach wieder tot. Es ist für das Reimer schon in den letzten 5 Sekunden gefühlt gestorben. Aua, aua, aua. Oh nein! Ja, wie schön, wie schön das war. Wir beide da so verkrüppelt. Rummling. Oh, ich möchte uns finden. Wo sind wir? Ich fand das schön. Ja, war schon hübsch. Seite an Seite. Ja. Zusammen leben, zusammen sterben. Aber wo sind wir denn? Weiß nicht mal, wo wir lagen. Ich glaube, wir lagen noch relativ nah bei dem Haus hier. Und dann... Dam, 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 dam. Ach da, er hat die gleiche Bildung. Da ist es. Da ist es. Ich folge nur. Da. Na fällig. Da. Niu. Hä? Warum legst nur du da? Hä? Ach, ich glaube, weil ich schon eine Leiche hatte und dann ging das immer nicht. Kann ich sagen. Äh, unlogisch. Unlogisch. Oh, ich finde mein Outfit richtig cool gerade. Ich bin auch einfach zufrieden. Ich bin einfach zufrieden. Ich finde gut, dass ich jetzt meine rüschenbluse... Gut, dass ich Geld dafür ausgeblü... Meine rüschenbluse... Meine rüschenbluse... Mit den Munitionskursen... Schwierig. ...siein kann. Guten Tag, der Herr. Was denn? Ach, boah, so ganz dicht an dicht so. Oh. Oh. Come on, man. Bist du noch da? Ja. Okay, du bist so still hier gerade. Ja, kommt auch mal vor, bitch. Warte kurz. Guck mal, wir machen Barbecue. Barbecue. Ja, ich wollte so anzünden die ganze Zeit. Oh. Hallo. Barbecue. Wie, du rumbach... Warte, schau, 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 schau. Barbecue. Okay. Geht Barbecue da nicht? Warte, nochmal. Nee, da ist ein Netz vor. Ja, ich gehe mal auf die andere Seite. Hallo, leg doch ab. Voll. Hat ja mega was gebracht. Barbecue. Barbecue. Ich möchte grünen. Ich habe Lust auf Rippchen. Können wir hier Volleyball spielen über das Netz zu drüben? Oh. 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 Oh nein, ich dachte... Hä? Oh. Ja! 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 Barbecue. Ja. Hallo. Jetzt sehen wir wunderschön aus. Boah wie creepy, wenn man da einfach ans Feuer guckt, wie creepy das einfach aussieht. Das stimmt. Voll die Creeps. Oh Gott, die Augen. Ja, Barbecue. Barbecue. Ich bin noch beschäftigt da mit meinem Gesicht. Oh mein Gott. Okay, wir haben den Hund fotografiert. Das haben wir hinbekommen als tägliche Herausforderung. Ist das nicht toll? Wir haben auch kein Gold oder so. Wir haben einfach nur... Okay, warum auch kurz so 30 cm neben dem Tor gehen? Was war das jetzt? Ich umtanze dich. Das ist ein Paarungstanz. Okay. Schüchel. So, nächstes Haus hier. Ich weiß gar nicht was wir tun. Wir machen hier einfach nur... Boah, wir müssen aber gleich hier unbedingt Pause machen. Hunger. 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 Das ist mein Mund sogar Spiegel unten. Das ist nicht gut. Ja, das stimmt. Eskaliert dann alles. Oh ja. Das stimmt. Hallo. 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 Okay, da kommt ja Handzucken dann vor. Okay, was tust du denn da? Ach, Turm. Ah, Turm ist immer gut. Oh. Hä? Müssen wir das nicht? Hä? Es klimpert. Ah, da klimpert. Ah. Ja, muss ich erstmal gucken hier. Ah, da. Muss ich erstmal gucken. Ja. Nein, Maxim kann die uns mitnehmen. Oh, das ist wieder eine Bürste. Eine Bürste, die nehme ich doch mit. Die Wildschweinborstenbürste. Wildschweinborstenbürste ist auch... Wildschweinborstenbürste. Das stimmt. Wildschweinborstenbürste. 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 Jumtelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Ich höre was. Ist das. Ist das der Turm? Ohh! Häh? Ha?! Heheh hehihe! Oh, okay. Was ist es eigentlich wenn man das beide voreinander- macht? Oh, stülp! Warte mal! Müssen wir rausfinden. Warte. Oh, müssen wir es Glück haben. Ja, du bist auch beides das gleiche gekommen. Warte. Oh. Ja, warte. Ja, warte. Okay, ich wär bereit. Ich wär aber auch bereit. Jo. Oh. Natürlich, genau oder nicht. Aber ich weiß nicht, wir müssen doch näher aneinander stehen. Einmal so pubertärer Humor gerade. Oh nein, da schubst ich gerade was runter. So. So, meinst du? Oh nein, schubst ich mir eigentlich was runter. Oh. Okay, okay. Okay, los. Los. Okay. Los. Oh. Ja, mhm. Naja, Leute. Ich bin eher enttäuscht, ehrlich gesagt. Ja, hat irgendwie nicht ganz funktioniert. Das sieht nicht so ganz aus, wie man... Ja, schade auch. Oh. So. Sag mal, was machen wir denn jetzt eigentlich noch? Hier ist wieder mein Plumpskur. Ich bin immer natürlich auf dem Plumpskur. Sag mal. Sag mal, mein Lieben. Was? Sag mal. Was machen wir denn jetzt noch? Ähm. Jetzt. Äh. Jetzt. Jetzt. Ähm. Ja, tatsächlich Herausforderung oder weiß nicht. Oh, da glüht es rot. Hä? Oh, da glüht es echt rot. Huch. Hirsch. Hallo, guten Tag. Voll umgerannt von dem Teil. Ja. Was blüht denn da? Ja. Das sieht irgendwie voll interessant aus. Feinzer dumm. Als das Feuer halt. Wow. Oh. Hm. Hm. So. Hätte ich mir jetzt irgendwie spektakulärer vorgestellt. Was habe ich denn hier für ein Geräusch? Ja, das verstehe ich auch gerade nicht. Was ist gerade so ziemlich. Sollte hier eigentlich eine Person sitzen, die irgendwas schleifft? Du machst gerade irgendwie alles kaputt, hier. Ich weiß es nicht. Was ist denn das? Oh. Nein, das ist ganz komisch. Was ist denn das? Was ist hier los? Ich möchte noch kurz. Ach, jetzt sind wir ganze sechs Spieler auf dem Map. Ist irgendwie komisch, warum wir so wenig Spieler vermitteln. Ja, ist echt komisch. Das ist voll das krasse Feuer, also voll die krasse Glut so. Wenn du dich so aufs Pferd rettest, wie beim Stand Up Paddeln, ist das eine Robbe? Oh nein. Ja, also bei unserem Stand Up Paddling Ausflug, da war es ja sehr viel eleganter, kennen wir wissen ja. Ja, ja auf jeden Fall, also da war elegant. Gut. Hier. Aber wir müssen Boot noch. Ach lol, das hab ich voll über... Das machen wir noch heute. Oh, es bimmelt. Hier, wie friert's, wie bimmelt's, es bimmelt hier... Oh, wieso sitze ich denn noch auf dem Pferd? Oh, man kann da rein? Ich glaub, das denken uns jedes Mal, wenn wir hier sind. Oh, man kann da rein, wir sind so ein Goldfisch-Gedächtnis. Wir sind ein Goldfisch-Gedächtnis. Weil nennen wir ein Gedächtnis. Okay, das macht schon Sinn, aber... Wir zeigen uns auch das Goldfisch-Gedächtnis. Ja. Boah, voll laut. Auf so'n Wellblech-Dach. Ja, das stimmt, da ist richtig Randale. Aber was klimpert hier? Hey, klimpert jetzt nicht mehr. Da war die Tarot-Karte eben drin. Hast du die? Ne. Der liegt direkt da auf dem Pass. Pass, Pass, Pass. Rechts, rechts, rechts. Links, links. Pass. Ach, da! Wie ich so dirigiere. Immer wieder einmal umdrehen. Oh, da ist ein Pelikan. Pelikan. Ein Nashorn-Pelikan. Ein Nashorn-Pelikan. Im Alt-Pelikan. Toter Nashorn-Pelikan. Nashorn-Pelikan. Nein, aber der ist nicht... Der ist auch nur gut. Der ist auch nur gut. Das Geräusch. Perfekt, perfekt, perfekt. Oh! Na, nicht na. Ähm, ähm, ähm. Was machst du denn da? Ich seh' nicht so, wie du da unter Wasser rumfst. Hä? Wie hast du das denn jetzt gemacht? Hä? Was? Ich bin nicht... Was? Du hast eben... Warst du eben bei mir... Hast du hinterm... äh... Steg getaucht? Ne. Nee. Es tut mir leid, war aber so. Nee. Nee, eigentlich nicht. Ja. Warst du dann auch plötzlich wieder auf dem Steg. Das hat nämlich keinen Sinn gemacht. Das Spiel packt momentan mega rum. Ja, und ich versteh halt auch nicht, warum. Ist es jetzt generell so, dass sie es einfach... Warte, ich soll mal gucken bei den Spielern, dass sie das Limit geändert haben. Dass dann wenig... Nicht so viele Leute in der Lobby sind, aber... Finde ich irgendwie... Hm. Ist mir schleierhaft. Weiß ich auch nicht. Kann ich nichts zu sagen. Da bin ich unwissend. Obala. Ja, ich bin gut. Mhm. Ich bin gut. Ja. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ja. Ich bin gut. Ich bin gut. Sieht halt nun wieder aus. Oh nein, da hast du schon wieder mein Pferd vor dir. Iiiiihihi. Wir wissen immer noch nicht, was wir tun. Ach, Rot! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir haben wirklich ein Goldfischgedächtnis. Dann müssen wir eigentlich wieder nach Blackwater zurück damit, weil da sind die meisten Boote. Das stimmt. Ähhhh. Obwohl Thieves Landing war doch auch noch ein bisschen. Jaaaa. Aber wir sind jetzt bei Thieves Landing. Warte, ich guck mal auf die Karte. Alter, was ist das hier denn hier? Ja, sind wir so gut wie da. Nee, da brauch ich gar nicht hinzugucken. Ich meine mit verbundenen Augen. Da brauch ich gar nicht hinzugucken. Jaaa. Besser wär's, glaub ich. Ja, ich hab uns grade hier in Kino-Modus und irgendwie ist das komisch. Die Kameraperspektive ist einfach komisch. Oh. 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 Oh, oh. Vielen Dank.